Schießsprung Szene, Faustina Malik aus Polen, ist damit natürlich in der Jury vertreten, gemeinsam mit dem technischen Delegierten Frank Salvi aus Frankreich und Janik Lübermann, dem Titelassistenten aus Finnland. Der war stark. Er sprengt jetzt wieder richtig sauber. Den sieht man sehr schön, wenn der Ski nicht so flach rausläuft, sondern wenn er nach dem Absprung mit dem ganzen Körper aus der Spur ausgesprungen wird und zum Körper geht. Dann kann er seine Stärken richtig ausspülen und kann den ganzen Sprung über die Spannung und den Zug aufrechterhalten. Wenn er so weiterhupft, dann wird es noch gefährlicher. Er liegt da vorne. Vorsehbarin Freund, sogar 3,4 Punkte vor dem Deutschen. In Verbindung setzen und wir machen in Kürze weiter am Kreisberg. Viel Spaß!